So und weil das Magnetfeld eines einzigen Leiters zu schwach ist, macht man folgenden Trick. Ich zeige das mal hier und zwar wickelt man so einen Leiter auf. Das heißt, ich komme hier mit dem Leiter und wenn ich hier von unten den Strom reinschicke, dann haben wir in der letzten Folge gesehen, dass das Magnetfeld hier rechts in die Tafel-Ebene oder in die Bildschirmebene reingeht, hinter dem Leiter nach links, hier wieder rauskommt und vor dem Leiter wieder zurückgeht. Und wenn ich jetzt den Leiter so rumwickele, wie in so einer Spule, da hinten geht es dann hier so runter. Ich zeichne mal nur das, was man hier vorne so sieht. Das heißt, hier geht es wieder rum und da kommt die nächste Wicklung, die ich entsprechend hier wieder so rumwickele. Das heißt, auch hier fließt der Strom von unten nach oben. Und das heißt, in der Spule haben wir von beiden Leitern eine Komponente des Feldes von rechts nach links. Und hier kommt es dann wieder vorne wieder heraus und ich wickele noch einmal hier rum. Und so kann man sich vorstellen, dass das so langsam, aber sicher eine Spule wird. Hier gehe ich nochmal rum. Einmal so rum und am letzten Mal komme ich hier wieder raus, sodass ich hier meine Spannungsquelle anschließen kann und den Strom letztendlich durch die Spule hier immer hier rumwickele. Und jedes Mal bei jeder Wicklung bekomme ich ein Magnetfeld, was innerhalb der Spule von rechts nach links geht. Das heißt, die Magnetfeldlinien sehen dann entsprechend in der Spule entsprechend so aus, kommen quasi hier aus der Spule und schließen sich, ich zeichne mal dieses eine Magnetfeld, mal hier die eine Magnetfeldlinie hier so rum, schließt sich letztendlich hier so rum. Das heißt, wenn ich mir das mal so als Front angucke, dann verlassen die Magnetfeldlinien die Spule auf der linken Seite. Das heißt, ich habe hier meinen Nordpol und hier von der rechten Seite kommen die Magnetfeldlinien wieder in die Spule. Das heißt, hier auf der rechten Seite habe ich hier meinen Südpol. So, und das kann man sich dann folgendermaßen auch wieder mit einer rechten Handregel merken. Und zwar, ich hole gleich mal eben die rechte Hand rüber. So, jetzt habe ich hier die rechte Hand mal rüber geholt. Und man legt die Hand jetzt so um die Spule, sodass die Finger entsprechend die Stromrichtung anzeigen. Das heißt, der Strom fließt ja von unten hier durch und die Finger zeigen dann entsprechend Richtung Stromrichtung. Das heißt, die Fingerkuppen sind ja auf der anderen Seite und dort verlässt quasi der Strom die Fingerkuppen und fließt dann wieder hier hoch. Und die Fingerkuppen, an den Fingerkuppen wird der Strom entsprechend wieder, verlässt der Strom die Hand, sodass man die Hand quasi um die Spule legt. Und dann zeigt der Daumen Richtung Nordpol. Und das ist wieder eine rechte Handregel. Wichtig ist, das funktioniert nur mit der rechten Hand. Also in Klassenarbeiten nicht mit der rechten Hand schreiben und mit der linken Hand die rechte Handregel anwenden. Sondern dazu müsste man den Stift mal weglegen und die rechte Handregel tatsächlich mit der rechten Hand ausführen. Und da legt man im Prinzip die Hand über die Spule, sodass die Finger Richtung Stromrichtung zeigen. Und dann zeigt der Daumen Richtung Nordpol. Und auf diese Weise kann man, wenn man die Spule entsprechend entwickelt, innerhalb der Spule ein relativ großes Magnetfeld erzeugen. Weil sich die Magnetfelder der einzelnen Windungen hier addieren. Und man weiß über die rechte Handregel, wo ich denn den Nordpol habe. Und zwar da, wo der Daumen hin zeigt.